Musik Wir dürfen noch einmal Weihnachten feiern. Ja, ja, dauert Himmel den Gerechten. Wurken regnet ihn herab. Rief sein Volk in bangen Nächten. Tun wir das. Aus der Sünde finster im Grab. Es müsste heute, müsste so um den Heiligen Geist gebetet werden, wie die Juden den Messias erbeten haben. Der Heilige Geist, die unbekannte Person in der Treffatigkeit. Es kommt nun der Segen mit vollkommenem Ablass. Sehr sehr. Und ich denke an alle, die jeher schon mich kennengelernt haben, die von mir, oder schon im YouTube, wie in welcher Art, die wahnsinnig Gesunden, die Atmen, die Kranken, will den vollen Segen aufgeben, des Delfantigen Gottes. So komme ich bei euch, der Segen. Und ich gehe bei euch, der Segen mit dem Heiligen Geist gebetet werden. Vater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Hebe Nacht, heilige Nacht, Hirten ist kundgemacht durch die Engel, Halleluja. Dünnt es laut bei ferne und nah, Jesus, der Retter, ist da. 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 Vielen Dank.